Ja hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli. Und zwar zum Video Nummer 98. Ein weiteres Wochenupdate von mir zum Bau meiner Modellbahnanlage hier in der Spur N. Und jeden Freitag 16 Uhr hochgeladen geht's los. Und wir wollen auch gleich mit dem Video loslegen. Und wir sehen es ja im Hintergrund schon. Ich habe mal wieder meinen 3D-Drucker benutzt. Ich hatte es ja im letzten Video schon angesprochen, dass ich die Bahnsteige nachdrucken möchte. Zumindest versuche so ähnlich hinzukriegen, wie es ja im Original dahinter ist. Es soll nicht gleich aussehen. Ich wäre mit Sicherheit auch da jetzt nicht diesen Tanz machen, dass ich jetzt identisch bauen will. Das brauche ich nicht. Das will ich nicht. Ich möchte ja meine eigenen Kreationen reinbringen. Ich habe mich ja ein bisschen geärgert, dass ich im damals ja einen fertigen Bahnhof genommen habe. Ich hätte ja ganz gerne vielleicht doch lieber einen selber gebaut. Wäre vielleicht die bessere Wahl gewesen. Und na gut, aber er ist da. Vielleicht reist ich mal irgendwann raus. Das werde ich machen, wenn ich so weit bin wie viele von euch schon. Nimm mich fertig mit der Anlage oder zumindest nahezu fertig. Ich glaube, fertig wird man im Grunde genommen nie. Und dann kann man sich ja solche Sachen mal vornehmen, dass man dann sagt, komm, ich mach mal den Bahnhof da oben komplett neu. Ja klar, warum nicht? Dann ist es Zeit dafür. Jetzt werde ich es erstmal nicht machen. Jetzt werde ich es oben lassen, wie es ist. Mir gefällt sowieso ganz gut. Es fehlen noch die Männchen, die Preiser Lines. Aber mein Gott, das ist ja egal. Die rupfe ich ja sowieso nur, wenn ich baue. Aber sobald ich da oben auch mal mit dem anderen Bahnsteig fertig bin und das davor alles ein bisschen hübsch gemacht ist, werde ich natürlich auch die raufsetzen, damit man da ein bisschen schönes Leben in die andere reinkriegt. Ihr merkt schon, im Hintergrund läuft mein Video natürlich ab und ich labere und erzähle hier vorne. Aber mein Gott, ihr könnt ja gucken und ihr könnt ja mir zuhören, wie ihr das möchtet. Ihr könnt auch den Ton ausschalten, wenn der Uni zu viel erzählt. Aber okay, das kann ja jeder machen, wie er will. Und ja, wir sehen es jetzt hier im Hintergrund schon. Wie gesagt, mit dem 3D-Drucker habe ich am Anfang gezeigt. Jetzt komme ich mal zu dem Gestalten der Felsen. Das ist ja jetzt so ein Thema, was abgeschlossen werden wird jetzt. Keine Sorge, da kommt nicht noch mal eine Woche dazu. Außer zur Begrünung. Das kommt noch, weil das hat ja keine Felsgestaltung mehr. Das hat keine Arkadengestaltung mehr. Doch da auch ein bisschen wärmer werde ich euch dann zeigen, wenn es soweit ist. Die Woche war nämlich recht kurz. Ich habe ja oder wir haben ja alle Ostern gehabt und ich war über Ostern nicht da. Ich habe eine wunderschöne Traiktour gemacht. Es läuft wieder. Und ja, entsprechend ist es natürlich dann nicht ganz so viel geworden. Aber trotzdem habe ich genug gemacht, dass ich meine Sendung füllen kann. Und ich kann nur weniger zeigen, als ich eigentlich wollte. Und aber gut, mein Gott, wir können alles nachholen. Zeit ist das, was wir alle haben, was hier angeht. Und jeden Freitag 16 Uhr, ihr wisst Bescheid, bin ich sowieso für euch da. Das mache ich ja auch den ganzen Sommer über. Ich mache ja keine Sommerpause. Ich bin ja durchgehend da. So, ihr Lieben, jetzt habe ich es natürlich so gemacht, dass ich erst mal alles mit weißer Farbe auf dieser Grundierung noch mal grundiert habe. Das hat den Grund, dass ich natürlich die weißen Stellen in den Vordergrund holen möchte. Ich habe es früher immer so gemacht oder es kommt auch noch was, dass ich, nachdem das alles fertig war, immer noch mal dieses Trockenbürsten. Das heißt, mit einer recht trockenen, mit einem recht trockenen Pinsel, recht trockener Farbe nachher über die Kanten gehe. Das ist aber eine Sache, die wirklich zum Schluss kommt. Da werde ich kein eigenes Video zubringen. Das flechte ich mal irgendwann einfach mit ein. Und nachdem ich das weiße aufgebracht habe, kommt jetzt oder kam in dem Fall natürlich erst mal die schwarze Wurst drauf. Alles mit Wasser schön nass gemacht, so dass die schwarze Wurst wirklich in die Untergründe, in die Hintergründe, in die Ritzen der Felsen reinlaufen kann. Und ich habe es auch so gemacht, dass ich alles, was von unten kommt, alles was Felsen von unten bedeutet im Grunde genommen, da ist sowieso ein bisschen mehr schwarze Farbe drin. Das soll einfach so den Schatteneffekt ein bisschen hervorheben. Und deswegen mache ich das so von oben ein bisschen heller, von unten ein bisschen dunkler in die Ritzen und Löcher und Felsspalten sowieso ein bisschen mehr rein. Und da kommt natürlich auch jetzt die braune Farbe, die kommt wieder mehr von oben drauf. Und die grüne Farbe, die soll so dieses verwachsene, Vermoste so ein bisschen darstellen, so wo ein bisschen nasse Stellen im Stein sind. Das habe ich natürlich nicht im Obergrund. Das ist meistens unten oder so in tieferen Regionen. Das Bild, was wir jetzt im Hintergrund haben, das habe ich mir so ein bisschen, das habe ich aus dem Fernseher fotografiert, vom Monitor fotografiert hier. Da habe ich keinen Screenshot gemacht, weil das war ein Film, wo ich mich anlehne, wo ich sagen kann, in die Richtung möchte ich so gerne ein bisschen gehen. Ich denke mal, das ist ganz gut gelungen. Ich wollte es nicht kopieren. Ich mache sowieso mein eigenes Ding. Aber es sollte zumindest so in die Richtung gehen, wie ich es dort gesehen habe. Und das ist im Grunde genommen geworden. Ja, jetzt haben wir Erdarbeiten. Wir haben mich schon eine Weile geguckt. Der weiß das. Wir haben mich noch nicht geguckt. Da wird es wieder mal kennenlernen. Ich arbeite mit echter Erde. Ich arbeite nicht nur mit echten Steinen, sondern auch mit echter Erde. Und in dem Fall habe ich die jetzt wieder in einen Mixer reingemacht, habe ich die klein gemacht, habe die zur Rupft, nicht zu klein, dass wir alles ein bisschen noch Substanz haben. Ansonsten kann ich ja gleich Sand streuen. Aber ich habe die Erde genommen. Die war schon feucht und die habe ich in den Becher feucht gemacht vorher. Und entsprechend habe ich es dann verteilen können und feucht. Deswegen, es verteilt sich immer trockene Erde besser als feuchte Erde. Aber wenn ich dann mit dem Kleber komme, das zieht nicht ein. Das habe ich schon mal weiter hinten erlebt, da wo die Waggons da oben stehen, da noch mal dahinter, da bleibt der Kleber oben drauf. Das dauert ewig, da irgendwo reinläuft oder wie auch immer. Und deswegen habe ich es jetzt so gemacht, dass die Erde feucht ist und ich nachher mit dem Kleber drauf kann. Und ich habe das richtig durchdrängt. Ich habe da richtig was reingebracht. Und ja, damit das eben gut funktioniert. Bei der Gelegenheit habe ich mir auch das Gleis da oben rechts vorgenommen. Habe den Abschluss gemacht mit Erde. Man muss ziemlich viel rumpinseln und machen, weil die Gleise sollen ja nicht im Erde liegen, sondern im Schotter liegen. Das kommt nachher auch noch. Und ja, jetzt sehen wir hier, wie ich das mit meinem Kleber schön durchtränke. Diesmal habe ich es nicht vorher gemalt, bepinselt, sondern ich habe es wirklich trocken oder mit der feuchten Erde direkt aufgetragen. Und das geht auch, weil der Kleber läuft ja bis unten hin. Das hat sich wunderbar verbunden. Das musste natürlich anderthalb Tage trocknen dann, bevor das wirklich durchtrocknet war. Sonst kann ich da nicht weitermachen. Aber gut, das kennt man ja. Und wenn man so richtig nass da rumquietscht, dann dauert das halt seine Zeit. Aber jetzt ist es wirklich schön trocken. Das, was man jetzt am Anfang so ein bisschen rieselig im Gefühl hatte, wo man sagt, das hält doch nicht bombenfest. Das ist wie eine Betonmasse da unten dran. Und ja, ist ja auch nur der Untergrund. Das ist wirklich nur, weil ich sage, es wird eine Anlage, die so ein Diorama-Charakter haben soll. Und da muss halt unter Gras Erde drunter. Ganz einfach, zumindest bei mir. Und deswegen sowieso immer Erde, weil ich möchte es ganz gerne so echt wie möglich irgendwo haben. So, jetzt kommt der Schotter oben drauf. Das heißt, wenn ich einmal dabei bin, da oben zu arbeiten, dann wird natürlich auch gleich das Gleis verschottert. Ich habe es unten ja auch schon gemacht. Wir sehen es nämlich in der Tunneleinfahrt. Rechts bin ich auch schon durch. Das habe ich auch schon gemacht. Und auch der Bereich von der Weiche, was wir jetzt gerade nicht sehen, bis zur Brücke, der ist auch schon verschottert worden von mir. Das ist also alles jetzt fertig. Das heißt, dieser Bereich kann im Grunde genommen dann abgeschlossen werden mit der Begrünung. Da kommen wir drauf, weil da bastle ich ein bisschen was selber von den ganzen Begrünungen her. Und das möchte ich euch natürlich in einem separaten Video zeigen und jetzt hier nicht so einfach, nie bloß hinten mit ran klatschen, sondern eben alles dann mal, naja, separat halt bringen. Und ja, der Schotter wird verklebt, wie man das von anderen Sachen ja schon kennt oder wie er das alles selber kennt. Das will ich jetzt kein großes Theater drum machen. Aber ich wollte es euch zeigen, dass ich es gemacht habe. Und es ist natürlich ein Wochenupdate, deswegen sowieso, was ich alles da getan habe. Ihr seht mein SpongeBob oben, der ist fleißig am Gleiseputzen, der blockiert meine Hänger. Nein, Quatsch. Aber ja, wie gesagt, ich habe das alles soweit durchgemacht. Was ich mir dann vornehmen muss, ist natürlich die Wand dahinter. Da sehen wir ja dann bloß diesen Hartschaum, dieses Eingekerbte da. Das muss ich natürlich noch machen. Da muss ich mir mal überlegen, wie ich es gestalten will. Ich möchte nicht schon wieder eine rote Ziegelwand da oben anbringen. Die habe ich jetzt unten schon genug. Also wäre ich mir von dort oben irgendwas einfallen lassen müssen. Vielleicht so Naturstein-Imitat. Irgendwas muss ich mal sehen, was ich da habe und was ich da rein machen kann. Den Schotter habe ich auch auf manchen Stellen zwischen den Steinen verteilt. Wir sehen es gerade. Ich habe da ein bisschen Kleber gemacht. Bei der Schotter, den ich habe, das ist so ein Basaltschotter. Der wird schön schwarz oder dunkel oder anthrazit, wenn der trocken wird. Und das passt natürlich zu den Steinen. Da unten ganz an der Kante bin ich auch gerade dabei. Sodass das wirkt wie kleine Steinchen, die da irgendwo liegen. Ja, deswegen habe ich das mitgemacht. Und hier sehen wir auch schön die grüne Farbe noch mit, die in den Bergen und in den Felsen mit drin ist. Das wäre natürlich bei den Naturstellen, wenn ich die so gelassen hätte, nicht der Fall gewesen. Das wäre natürlich dann wirklich bloß die Steinfarbe gewesen. Und da hätten mir persönlich ein paar Details gefehlt. Deswegen habe ich das dann lieber doch alles bemalt. Ich finde, das ist eine einheitlichere Optik irgendwo. Und jetzt fließt da auch noch das runter. Das kann man ja mit dem Weißleim schön wegmachen. Das wird ja unsichtbar. Nochmal mit dem Pinsel schön verteilt ist das weg. Und wir sehen da oben den Schotter. Da ist er natürlich noch schwarzer, als wenn es nachher trocken ist. Und solange das feucht ist, kann man das sowieso mit dem Pinsel, ihr kennt es ja alle, noch so ein bisschen breit machen. Ein bisschen so, wie man sich das gerne wünscht. Dass das nicht zu künstlich wirkt. Und ja, kann man ja alles nacharbeiten, wie man will. Absperrung für die Arkaden. Das ist natürlich jetzt eine Sache, die habe ich begonnen jetzt zum Schluss. Die wollte ich jetzt hier gleich mit reinbringen. Das wären kleine Geländer. Die sollen sozusagen in die Arkadenböden bögen. Mein Gott, bögen. Jetzt habe ich gerade auch nicht. Sieg gar auf. Und in die Arkadenböden bögen mit rein. Und da habe ich jetzt hier eine Metallic-Farbe gewählt. Das ist so ein Metallic-Gun oder blau. Das ist so eine blaue Metallic-Farbe. Das habe ich deswegen gemacht. Ich kann ja nicht nur immer alles verrosten, verdrecken und wie auch immer. Es soll auch mal ein bisschen Farbe ins Ganze reinkommen. Und das Metallic fand ich recht gut. Das ist ja der Charakter von Steampunk. Wird dem das auch gerecht. Ich kann ja nicht goldene Geländer da unten rein machen. Das passt nicht deswegen sowieso. Und jetzt kommt ja auf dieses Metallblau, auf dieses Metallgarnblau da, kommt ja auch noch Rost mit aufgetragen. Das wird natürlich ganz, ganz wenig, ganz dezent eingebracht. Und es sieht auch immer jetzt kräftiger aus, als es nachher ist, wenn das trocken ist. Ihr kennt die Farbe von mir schon oder auch nicht. Da ist es natürlich so, dass die sehr, sehr matt austrocknet. Ja, und ein bisschen mehr zu sehen, habe ich mir natürlich jetzt hier die Spotlights angemacht. Weil dann sehe ich ein bisschen besser, man kommt ja auch ins Alter. Ja, und mit den Geländern werde ich die Folge aufführen. Ich wollte zwar noch anfangen zu begrünen, aber das hätte ich jetzt hier nicht noch, das wäre bloß angeschnitten gewesen. Und das können wir sowieso in einer extra Folge machen, wo wir da ein bisschen alles gestalten können und wie auch immer alles fertig machen. Da kommen ja die vielen Kleinigkeiten noch rein und die wäre ich mit Einflächen jetzt immer noch passt. Gut, das war's für die Woche. Dann wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und dann sage ich mal bis nächsten Freitag, 16 Uhr, ist der Uli wieder für euch da. Bis dahin, macht's schön gut, euer Aquapenta aka Uli. Tschüss!